Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Bowsing Rock 2015 zusammen mit Toto und noch Lehrling Achim. Hallo. Hallo. Boah, was war's? Ey, seid ihr scheiße oder was? Was macht ihr denn da? Den Ecke witz ich euch vom Lohn ab. Ey, unfassbar, ey. Mach mal den Bereich frei. Ja, ich versuch mich einzusteigen. Oh, das geht. Oh, jetzt hat er sich brüllt. Hallo? Ja, lebt mich doch am Arsch. Was macht ihr denn da? Jo. Oh. Was fliegst du jetzt? Boah. Ey, meine Wagen. Bist du bescheuert? Meine Wagen. Oh. Was tut ihr denn da? Er fliegt weg. Komm zurück. Du musst noch arbeiten. Jetzt muss ich meinen an den LKW setzen. Lass mich mal rein. So, ich lieg am Dach. Geh los. Und nicht den Baustoffhändler, ne, wenn du den, äh, sieh los. Oh. Weißt du, wir kommen wieder zur Baustelle, wenn es weitergeht? Also, wenn es hier eine Schadensmode gibt, haben wir ein Problem. Ja. Die Frage ist nur, warum hört das nicht auf? So, ich hab abgekuppelt. Warum? Wie, warum? Da gibt es nur Probleme. Ne, der bugt der Soda auch alleine schon so drin. Guck mal, da unten am Boden die Bremsspuren, obwohl wir da gar nicht waren. Ja. Wo? Unten beim Händler da. Da siehst du bestimmt gar nicht. Ne. Bah. Jungs, ich muss arbeiten. Ich kann mich nicht mal teleportieren. Du, schnell zum Aussteigen. Ah, jetzt. Ne, ich bin wieder dran. Jetzt. Naja. Lass mich erst mal da hängen. Joa. Diese Gitter. Oh, der funktioniert noch. Guck. Boah. Ich bin über der Map. Ich weiß nicht wie hoch. Ich sehe nur noch weiß. Ich kann ihn nicht mehr ankuppeln. Wieso? Ja. Ich da tüste. Ich weiß auch nicht, ob ich runterfall. Wenn auf jeden Fall... Hört ihr jetzt mal aufhören zu spielen? Wird mal runterkommen. Ich bin hier schon am... ...wieder die Baustelle am Freimachen. Ach so. Ach, der Leerling wieder. Ich habe mich das nicht angehangen. Ah, jetzt. Jetzt. Ich weiß auch nicht. So, dann hau mal da rein. Der LKW ist immer noch da oben in der Luft. So, brauchen wir jetzt nicht mehr, oder? Nein. So, brauchen wir jetzt nicht mehr. 19, 20, Alter, was ist da los? Wengst du am Pfosten? Nee. Mein Twitter-Account. Warum? Oh. wissen der schule vorweiter bestimmt baustelle er steht am hofer so da bin ich wieder der bau der lagerhalle ist abgeschlossen das war wirklich eine herausforderung es ist halt doch alles noch größer als bisher freut mich dass du trotzdem so gut klar gekommen ist ich hoffe spricht spricht sich rum dass wir jetzt auch projekte in der in dieser größenordnung erfolgreich bewältigen worauf du dich verlassen kannst die ersten aufträge in dieser richtung kann schon kamen schon rein macht einfach weil weiterhin einen so guten job dann brummt der laden hier von ganz allein bereich freigeschaltet industrie da ist doch was so ich kann den kran ich kann kann ich nicht zurückgeben wieso was was packt denn jetzt die pumpe da hinten rum welche pumpe die betonpumpe die lass die mal kaputt gehen ja jetzt fliegt sie gerade ok jawoll ja ich setze die ganze zeit zurück ja so kann man sie stehen lassen wie kamen die denn hier hin die standen hier noch die haben hier gerade eben geparkt was haben wir denn jetzt gebaut ich wollte mir das ganz gerne mal anschauen lagerhalle welche denn wo denn da hinten die große das sind ja dinge hier so aufträge ausschreibung 11 neue die kohle machen 700.000 euro da müssen wir aber wieder so scheiße punkt was passiert ja jeder auftrag hier mit der scheiß pumpmaschine ja wir haben doch den äh den kübel was machst du jetzt guck mal im firmengelände den bagger den ich geflippt hab und ja dieses firmenbüschchen schlons und partner alter hier liegt ja auch der betonbescheibe auf dem boden so vier minuten noch da lohnt sich nicht mehr noch was neues anzufangen ich würde dann jetzt auch mal sagen wir beenden hier die folge in der nächsten folge fangen wir an mit den dlcs und dann schauen wir mal wie es so weiterkommt mit den dlcs was für schöne neue aufträge wir haben was auf uns neues zukommt und in dem sinne verabschiede ich mich danke fürs zuschauen und wir sehen uns dann zur nächsten folge wieder tschüss und haut rein tschüss tschüss